Mein Name ist Erwin Schulz. Ich bin am 13. Oktober 1912 in Tempelhof geboren. Meine Mutter, die hat es natürlich während des Krieges sehr schwer gehabt. 1915 ist meine Schwester geboren und besonders schwierig wurde es ja, mein Vater war ja eingezogen als Soldat. 1917 in dem Kohlrübenwinter, wo die Ernährungslage für die deutsche Bevölkerung immer schwieriger wurde. 1919 zur Schule. Die Schule war nicht weit entfernt von unserer elterlichen Wohnung. Und da Vorbildwirkungen, die entwickelten sich später mit zunehmendem Alter. Von den Lehrern, die ich da hatte, als Vorbild war keiner. Gab es nicht. Das waren ja auch teilweise Lehrer, die demobilisiert wurden von der kaiserlichen Armee und die in Schuldienst eingesetzt wurden. Wie zum Beispiel der Totenlehrer oder der Religionslehrer, die keine pädagogischen Fähigkeiten hatten. Und typisch ist in der Zeit, dass... Wir hatten noch einen Lehrer, der Richter Prügel hält. Wenn die Stunde begann, haben erst zwei, drei Dresche gekriegt mit dem Rohrstock gekriegt. Also das war schon so typisch, wenn der kam. Und so... Vielleicht noch eine Sache. Ich war ja auch unterernährt und bekam damals Quakerspeise. Das war von den Vereinigten Staaten. Von der Quakerorganisation. Und da bekam ich halben Liter Milchsuppe und ein Brötchen. Das hat natürlich dann dazu beigetragen, dass man zusätzliche Ernährung hatte. Wir müssen ja sehen, das war dann 19, 19, 20, 21, wo noch in der Nachkriegszeit sich auch viele Probleme ergaben. Ja. Ja.